Ich heiße Jacqueline, bin 27 Jahre alt, arbeite hier als Fachangestellte für Bäderbetriebe. Heute wird der Bildschirm angeschlossen für unsere neue Attraktion, die Zeitmessung. Da haben wir eine Live-Bildübertragung und eine Zeitmessung unserer Rutsche. Das wird heute fertiggestellt, sodass wir jetzt am Samstag auch unser Event ausführen können. Da machen wir einen Wettrutsch-Contest für jede Altersklasse, also für jeden, was dabei ist. Alle sind herzlich eingeladen, dort zu erscheinen und unsere neue Attraktion zu testen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.